Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es vier leckere Salate. Hallo, schön, dass ihr wieder zurücksehen. Heute gibt es vier leckere Salats. Ein frischer und fruchtiger Sommersalat, der wirklich schnell gemacht ist, ist dieser Brokkoli-Paprika-Apfelsalat. Frisch für die Sommer Salat, der schnell gemacht wird. Du benötigst einen Apfel, eine Paprika und 250 Gramm Brokkoli. You will need an apple, a pepper and 250 Gramm Brokkoli. Zwei Esslöffel Balsamico-Essig, two tablespoons Balsamic-Winegar, einen Teelöffel Honig oder Süße deiner Wahl, one teaspoon Honey or sweetness of your choice, einen Teelöffel Senf, one teaspoon Mustard, Salz und Pfeffer, Salt and Pepper und ein bis zwei Esslöffel Salatkerne, one or two tablespoons Lattice Seeds und fertig. And finished. Der Taziki Salat ist super einfach zu machen. Der Taziki Salat is very easy to make. 200 Gramm Nudeln, 200 Gramm Pasta, 100 Gramm Taziki und 120 Gramm Oliven, 100 Gramm Taziki and 120 Gramm Olives, 50 Gramm Peperoni, 50 Gramm Hot Pepper, Der Taco Salat darf auf keiner Grillparty fehlen. Der Taco Salat should not be missing at any barbecue party. Als erstes wird das Hackfleisch angebraten. Danach werden alle Zutaten in die Schüssel gegeben. Then all the ingredients are placed in a bowl. 50 Gramm Oliven, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine halbe Melone Half a melon 100 Gramm Erdbeeren 100 Gramm Strawberries 100 Gramm Feta 100 Gramm Feta 1 Esslöffel Balsamico-Essig 1 Tablespoon Balsamic Vinegar 1 Esslöffel Olivenöl 1 Tablespoon Olive Oil Salz und Pfeffer Salt & Pepper Und zum Schluss 2 Stängel Minzeblätter Finally 2 Starks of Mint Leaves Abonniere meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen Subscribe to my channel to never miss a video Welchen Salat magst du am liebsten? Which Salat is your favorite? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Bye